Wir brauchen ja auch mal wieder überhaupt nicht viel Zutaten. Wir brauchen eine Zwiebel, dann etwas Knoblauch, Kumin, Pfeffer, Chili, 900 Milliliter Gemüsebrühe, Zitronensaft und 350 Gramm rote Linsen. Und das ist ein super einfaches Rezept, deswegen liebe ich es so sehr. Und zwar gebe ich jetzt hier in diesen Topf einfach die Zwiebeln, Chili, kommt auch noch dazu, die Gewürze kommen später, die roten Linsen und die Gemüsebrühe. Das schalte ich einfach ein, lasse das, bringe das erst mal zum Kochen und lasse das so 25 bis 30 Minuten köcheln. So, erst mal Herd ein, und das war es nämlich dann schon fast. Das wird einfach nur eine türkische Linsensuppe. Genau, das bringe ich jetzt zum Kochen und dann kommen noch die restlichen Gewürze dazu und dann ist es schon fertig, ist es nicht super toll. Und dazu kann man Kartoffeln, Reis oder türkisches Fladenbrot essen und ich esse so eine Reis-Quinoa-Mischung dazu, also super lecker. Ja, die Suppe hat auch schon fertig gegart oder ist schon fertig gegart. Wir geben jetzt nur noch Zitrone dazu, dann Kumin und Pfeffer. Salz ist meiner Meinung nach schon genug durch die Brühe dran, wer mag, kann aber natürlich noch nachsalzen. Das Ganze röhre ich gut durch. Es duftet übrigens köstlich und es ist halt wirklich super einfach. Das ist meine Suppe. Ja, und wer mag, ist die Suppe jetzt einfach so mit Fladenbrot oder eben mit Kartoffeln oder wie in meinem Fall gibt es einfach so eine Mischung aus Quinoa und Reis dazu. Das ist Quinoa, das war mal in der veganen Box drin und dazu eben diese leckere Suppe. Ja, ich hoffe, euch hat mein Quicktipp gefallen. Mir gefällt das sehr gut. Ich wünsche mir jetzt guten Appetit und euch viel Spaß dann beim Nachbacken, äh nachmachen und sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!